Der Herr, der würde gerne online getauschen. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Die Leute scheinen schon viel gelernt zu haben in den letzten Wochen. Die halten sich eigentlich auch an die Abstandsflächen. Ich denke, es ist eine sehr entspannte Atmosphäre. Aber ich fühle auch, dass die meisten Leute sich sehr freuen, endlich mal wieder ins Freibad, da schönem Wetter zu kommen. Also für mich bedeutet das eigentlich ziemlich viel. Wir haben jetzt so lange wieder gewartet, bis das Schwimmbad hier endlich aufmacht. Wir haben jetzt schon wieder ein paar Jahre später über die Abstandsflächen. Der Herr, der Herr der Herr, der Herr ist, die Abstandsflächen. Ich nehme meine Abstandsflächen. Ich nehme an, die Abstandsflächen. Ich nehme an, die Abstandsflächen. Ich nehme an, die Abstandsflächen. Das war's für heute.